Guten Tag meine Freunde, nachdem das letzte Video von mir so gut angekommen ist, warum eigentlich Rabid eSports, hab ich mir gedacht, es gibt auch einige Namen von uns, die ziemlich interessant sind und es wert sind, zu fragen, warum eigentlich... Jungs, was ist eigentlich das Lieblingstier von Capital Bra? Die Antwort ist das Zebra, oft gesprochen Zebra. Kleiner Jock am Rande. Aber ihr fragt euch sicherlich, Zebra? Ist das nicht auch einer von euren Mitgliedern? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Der Name ist auch ziemlich interessant zu erklären, wie der zustande gekommen ist, denn der hat auch eine Hintergrundgeschichte, was es natürlich halt exorbitant interessant macht. Zebra. Der Name Zebra spielt auch natürlich auf das Tier Zebra an. Aber warum? Unser Protagonist Anton, auch Zebra, hier zu sehen und durch Wackeln deutlich gemacht, hat Stadt, Land, Fluss gespielt mit seinen Freunden. Also, kurze Zusammenfassungen, Anton und ein paar und andere haben Stadt, Land, Fluss gespielt. Stadt, Land, Fluss, das Spiel kennt ihr alle, das ist das Spiel. Schlussendlich läuft es daraus hinaus, dass der Fluss die Stadt überflutet. Und... Also, Anton und ein paar und andere haben Stadt, Land, Fluss gespielt. Anton war mit seinen Kumpanen bei der Runde C und er war verzweifelt. Er hat kein Tier mit C gewusst. Ihm fiel weder Chamäleon noch ein anderes Tier ein. Und so fing er an zu kichern und er sagte, ich schreibe auf dem Blatt Zebra. C-Binnenstrich Bra. Und was soll man sagen, so ist sein Name entstanden und... Ja, Jungs. Danke fürs Zuschauen. Und, ähm... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch näher bringen, warum Anton Zebra heißt. Ach. Bis zum nächsten Mal.